Freiburg! So, guten Morgen! Wir fahren jetzt zu den Videodays. Der ist gut drauf, der hat gut geschlafen. Und dem geht das nicht so gut. Der hat nicht so gut geschlafen. Das ist, weil er sich vor dem Schlafengehen noch diese Giste da reingezogen hat. Ja, wahrscheinlich. Ja, eine ist ja noch voll! Die ist noch voll, du bist nachlässig. Na ja, mit Ries, aber das hilft nicht. Ja, wir fahren jetzt zu den Videodays. Und wir schalten direkt mal dahin. Wir werden alle sterben! Andere Schifffahrt, die ist lustig. Andere Schifffahrt, die ist schön. Denn da kann man decken Leuten bei allen Absprächen zusehen. Was habt ihr denn da bestellt, ey? So, und da sind wir schon vor Ort. Wir waren ganz zu spät. Aber mit 5 Minuten Autogrammstunde und standen halt übelst im Stau. Und hier ist auch schon die übelst mega lange Schlange. So, wir holen jetzt den Tommi. Wo auch immer er ist. Wo auch immer er ist. Warte! Tommi! Hier, dein Ausweis. Ich bin Tommi. Du bist Tommi. Pinke Bändchen. Richtig geil. Hammer Sicht, ey. Bei einem wundervollen Videoday angekommen. Mit hier diesen Masterjams. So. Ich erinnere mich noch an Berlin, wo du gesagt hast, ich will auch eine Legrea haben. Hi. Nein. Ich erinnere mich auch noch dran. Jetzt? Du scheiß Megrea. Schmeiß ich. Das ist ohne der erste Longboard auf dem Weg. Natürlich habe ich einen Longboard-Fuerschein, aber das unterschreibe ich doch nicht. Das ist das allererste Wasser, das ich in meinem Leben trinke. Guck mal, das ist jetzt schon voll hier, oder? Weiß ich nicht. Ich kann nicht wieder. Ich stelle doch mal hin. Ich bin schon durchgeschwitzt, aber das ist okay. Das gehört dazu. Das ist geil. Da kommt jemand mit allem. Ich muss da drauf aber schlafen. Okay. Also ohne Mist. Du musst da drauf schlafen. Da musst du drauf unterschreiben. Ich habe drei Stück zuhause und jeder prügelt sich darauf, wer auf diesem Kissen schlafen kann. Die kannst du ja auch mal zum Waschen lassen. Oha. Ich bin gerade zwei Runden um die Filet- und Langsans-Arena gelaufen, weil ich mich verrannt habe. Da werde ich aufgenommen. Und jetzt habe ich meinen Kumpel wiedergefunden. Meinen Kumpadre. Und er hypnotisiert gerade Leute. Ich bin einfach jetzt schon kaputt und jetzt kommt einfach nochmal das gleiche nochmal. Wisst ihr, dass es unheimlich cool immer aussieht, wenn man so von vorne findet, wie Leute einen Gang entlang gehen? Ja. Und da ist unser Führer. Ja, er ist so hinten drauf. Sind wir gut drauf? Nein! Yay! Das sieht aus, als wäre zwölf Leute drin, aber das mit dem Spiegel. Was? Nicht? Was ist das Problem? Ich habe ein Déjà-vu, sind wir nicht heute schon mal hier lang gelaufen? Nee. Nee. Okay, Autogrammstunde, Runde zwei. Ja, Autogrammstunde zwei läuft auch schon in vollen Zügen. Die Morte drängeln hier ohne Ende. Ja, es ist super voll. Ja. Und guck mal, da sind die Tube-Hands. Ja. Ja, aber checkt mal ihre Channel aus, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Das ist Theo, der übernachtet bei mir. Den kennt ihr ja. Wir hängen schon eine Weile miteinander ab. Ja. Und da steht der Grund, warum wir beide uns überhaupt kennen. Oh ja. Hallo. Hi, das ist Marie. Komm her. So. Zu welcher Richtung ist das? Ich habe mal die Autogrammstunde gehen verschoben, weil die Security die Leute hier nicht durchgelassen hat. Aber geht doch, oder? Ja. Ja. Guck mal, es sind doch schon ein paar mehr Leute jetzt da oben. Yo, yo, Steve Hagen. Busy oder was? Ja, es geht. Aber du bist am meisten Busy. Oh, ich kann nicht mehr. Deine Zuschauer warten. Meine und deine. Meine? Und auch das eine. Das ist die aus meinem 50.000 Special. Jetzt dürft ihr alle nochmal. Melinda! 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 Du willst doch selber. So, eine Runde. Fünfmal bestellen. Fünf Sachen. Wir sind jetzt hier beim Running Sushi. Und hier möchte ich auch den Tag für heute beenden. Wir schalten morgen weiter auf den Samstag von den Videodays. Und ja, ich finde schon auch weiterhin gute Unterhaltungen. Fünf. Also. Das schmeckt richtig gut. Ich werde hier auf jeden Fall nochmal leben. Und mehr essen, als ich bezahle. Moin moin. Videodays Samstag. Heute ist Showtime. Ne, ne, warte, warte. So muss sie gehen. Ich habe echt eine. Wie Gallius Pupus. Wenigstens einen auf dem Raum noch. Ja, ist ganz schön krass hier gerade. So, hallo. Und wenn sonst ein Video kommt. Wird schon so vielen. Das entscheidet immer noch. Ich brauche noch meinen eigenen Stift dabei. Aufschau. Ich bin ganz ehrlich. Ich habe mir den gestern von den Videodays geklaut. Den Stift. Warum ist das hier eigentlich so ruhig? Was geht ab Videodays? Okay, wir gehen mal weiter. Wann wir die noch auf die Bühne kommt. Hey. Das ist witzig. Schott und ich wollten eigentlich nur ein Selfie vor der Bühne machen. Aber irgendwie hat sich das gerade erledigt. Das war wohl nicht so eine kluge Idee. Na ja, gleich geht's los. Wir beruhigen uns hier noch ein bisschen hinter der Pause. Die stille Ruhm stehen davor, das können wir nicht. Ja, der rote Punkt bedeutet, dass es aufnimmt. Das hilft uns gerade ein bisschen runter zu kommen und uns zu beruhigen. Achso, das kommt jetzt ins Ruhm. Das kommt jetzt ins Internet, genau. Wenn du damit einverstanden bist. Ja. Schluss. Es ist so krass. Ja, das alles wird eines Tages dir gehören. Es wird jetzt ein bisschen rockiger mit Heldin und Diebe. Wir präsentieren euch Master Jam und Shorty von Apple Wow Pictures. Hey, was geht ab? Wir wollen eure Hände stellen. Unser Netzwerk war nicht das Einzige, das unterwegs verloren geht. Wie du gehst. Wie du gehst. Mach das krass. Mal sind wir Helden in unserer Liebe. Je nachdem wie der Wind sich steht. Mach den Tag wie im Opa. Ich kann nicht mehr, war das geil. Ich kann nicht mehr, war das geil. Was macht wie ein Vogel sein, jetzt bin ich Vogel frei allein, kein Helm mehr, doch mein Artikel. Oh mein Gott, ein Masterchen! Wir überrennen jetzt die Bühne! Ja! Ahhhh! Amasatian! Vollball! Geil! Wuhuuu! Musik! Bist du bekloppt und nicht plemplem? Dann abonniere Master Jam! Danke! Jetzt machen wir alle eine Abmoderation! Ja, das waren die Videodays! Vielen Dank, dass ihr alle dabei wart! Vielen Dank, dass ihr mir die Chance für den Auftritt gegeben habt! Genau, das wollte ich auch sagen! Vielen, vielen Dank, dass ihr alle dabei wart! Ihr seid Wahnsinn! Hier unten noch der Videoblog von Berlin! Der war auch ganz geil! Ihr könnt ihn doch mal anschauen! Und jetzt sollten wir zusehen, dass wir verschwinden! Wir schaffen das! Wir schaffen das! Huffuffuffuffuffuffuffuffuffuffuffuffuffuffuff!